15 Monate sind es morgen, dass Russland die Ukraine überfallen hat, dass Russland den Krieg gegen seinen kleinen Nachbarn begonnen hat. Und auch heute wollen wir uns die militärische Situation ansehen. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland. Dort haben sich gestern die Ereignisse überschlagen. In der Region Belgorod gab es schwere Kämpfe zwischen Anti-Putin-Truppen auf der einen Seite und russischen Regimetruppen auf der anderen Seite. Und wir wollen uns mal ansehen, was dort genau passiert ist. Vielleicht erst mal ein paar Bilder dieser Region. Das sind hier wohl die Truppen, die am frühen Morgen aus der Region Sumi und Kharkiv rübergegangen sind, nach Russland in die Region Belgorod und dort angegriffen haben. Und wir schauen uns das mal kurz an. Schauen uns an, was das für Leute sind, was das für Fahrzeuge sind und auch wie viele das um wir sind. Denn diese Aufnahmen verraten uns schon relativ viel darüber, wer das Ganze ist. Wir sehen dieses Kreuz hier. Das ist ein Kreuz, was das IFF, also die Freund-Feind-Erkennung der ukrainischen Armee ist. Wir sehen aber auch, das können wir hier vielleicht einmal kurz markieren, wir sehen aber auch diesen Pfeil nach oben. Das ist das Erkennungszeichen von zwei russischen Oppositionsgruppen, die allerdings in der Ukraine mittlerweile sind und die gegen Russland kämpfen, sowohl in der Ukraine als auch gestern und auch schon im März diesen Jahres in Russland. Hier vorne also, wie gesagt, das ukrainische IFF, dieses Kreuz und dort dieses Symbol. Zwei Oppositionsgruppen haben sich da wohl zusammengeschlossen. Einmal die russischen Freiwilligenkorps und die russische Legion. Zwei, man muss es sagen, relativ Rechtsaußengruppen, rechtsgerichtete Nationalistengruppen, die aber eben völlig gegen Putin sind. Also die mit Putin überhaupt nicht klarkommen und eben seit teilweise schon 2016, 2017 in der Ukraine im Exil sind. In diesem Jahr und im letzten Jahr natürlich noch mal extrem verstärkt wurden durch Menschen, die aus Russland flüchten mussten. Das sind also die Zeichen, die wir da sehen. Wir können uns aber auch mal ansehen, was das für Fahrzeuge sind. Und wir sehen hier, dass es sich hier um Humvees handelt, der US-Armee, die eben gespendet wurden an die Ukraine. Ganz wichtig. Und dass es sich hier auch um Max Pro, also große gepanzerte Fahrzeuge handelt, auch die von den USA gespendet wurden in die Ukraine. Wir sehen uns das Ganze mal an. Wir haben hier etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und gleich sehen wir noch ein weiteres, also 9 bis 10 gepanzerte Fahrzeuge, die eben eigentlich in die Ukraine geliefert wurden, um eben innerhalb der Ukraine zu kämpfen gegen Russland. Aber wir sehen, dass diese Fahrzeuge gestern genutzt wurden, um eben nach Russland einzurücken. Hier sehen wir die Fahrzeuge beim Vorrücken. Das ist eine ukrainische Drohnenaufnahme. Und wir sehen, wie dieser Konvoi sich langsam nährt, und zwar dem Grenzübergang von Kusinka. Kusinka, ein grenznahes Dorf, was eben an der Grenze ist zwischen den Regionen Kharkiv und Belgorod. Dort sind die eingeritten, haben dort die russischen Truppen relativ rasch besiegt am Grenzübergang. Einige russische Soldaten und Grenzschützer wurden dort auch getötet. Und dann sind sie in verschiedene Orte, unter anderem Glotove, vorgedrungen und haben dort tatsächlich einige Straßenzüge erobert und haben dort Checkpoints aufgebaut und sind eben mit Infanterie dort weitergegangen. Russland hat reagiert und zwar extrem, mit einem extremen Aufmarsch, viel zu spät, muss man sagen, mit Panik auch, die verbreitet wurde unter den Menschen. Das war gerade ein Mi-8-Hubschrauber, der eingesetzt wurde, um eben dort die grenznahen Regionen zu bombardieren. Und das Ganze hat wohl ungefähr sechs Stunden gedauert, der Vormarsch, bis also Russland reagieren konnte und gemerkt hat, was dort Schlimmes passiert ist. Nämlich, dass aus der Ukraine Anti-Putin-Verbände eben bis zu fünf Kilometer eingedrungen sind nach Russland. Wir schauen uns das gleich auf der Karte an und dort eben mehrere Dörfer einnehmen konnten, einen Beschlag nehmen konnten und dann eben erst zurückgeschlagen werden konnten. Auch heute Morgen, so hören wir, sind diese Orte teilweise noch unter Anti-Putin-Kontrolle, also unter Kontrolle von diesen Verbänden. Wie gesagt, auf der Karte können wir uns das mal kurz ansehen. Die haben eine sehr interessante Region genommen. Ich gucke jetzt nochmal von Sumi aus, sie kommen nicht von Kharkiv. Und zwar hier in dieser Region. Die wurde in der Nacht oder gestern erobert und heute wird sie noch teilweise gehalten. Kursinka wird vor Weiteren gehalten, das sagt auch der russische Staatsfunk. Und wenn wir uns das ansehen, wie hier die Grenze verläuft, dass wir also einmal hier die Region Kharkiv haben, hier die Region Sumi haben, und wir machen das mal noch kurz weg, dann sehen wir, dass dort so eine Art Einbuchtung ist. Dass es also sehr, sehr schwer ist, dort für die russischen Truppen heranzukommen. Und genau dieses Stück wurde ausgewählt von diesen Verbänden, um eben dort diese Offensive zu starten. Ja, das Ganze, da können wir uns relativ sicher sein, ist nicht ohne Hilfe der Ukraine passiert. Die Aufnahmen, die wir gesehen haben, stammen teilweise vom ukrainischen Geheimdienst. Die Fahrzeuge, wie wir gesagt haben, wurden von den USA, den Ukrainer geliefert. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Was es nämlich zufolge gehabt hatte, Flüchtlingsströme aus Belgorod beispielsweise und aus verschiedenen anderen Städten in der Region. Man hatte tatsächlich Angst, dass es dort zu einer Invasion kommt, dass es dort groß angelegte Offensive gibt, eben der Ukraine oder eben anderer Verbände. Und dieses hier war die Reaktion in Russland, in Belgorod, wo Tausende die Flucht ergriffen haben. Wo auch vom Staat ausgerufen wurde teilweise, bitte bleiben Sie in Häusern, gehen Sie nicht raus. Es gibt Militäroperationen und so weiter. Das Ganze also neben diesem kleinen militärischen Erfolg, der sich ja erzielt wurde, wie gesagt, es waren ungefähr drei kleine Dörfer, die eingenommen wurden. Eins davon wurde es noch gehalten. Am heutigen Morgen gab es eben einen riesigen Informationserfolg. Also der Informationskrieg ist ja extrem wichtig zwischen den beiden Ländern. Und hier hat die Ukraine einen unglaublichen Erfolg gehabt, indem sie eben es geschafft hat, Russland in Angst und Strecken zu versetzen, den Kreml in Angst und Strecken zu versetzen. Putin selbst wurde informiert darüber, hat Herr Peskov gesagt, sein Sprecher. Und insofern ist das Ganze hier vom Informationsgehalt her, also von wegen den Krieg zurück nach Russland tragen, Russlands Krieg in der Ukraine zurück nach Russland tragen, wie es Herr Selenskyj einmal haben möchte, das hat sehr gut funktioniert. Militärisch, sage ich mal so, war das Ganze ja eher so eine kleine Aktion. Denn wir haben eben gesehen, wie viele etwa reingegangen sind. Das waren unter 100 Exilrussen, die eben dort diesen Angriff vorgenommen haben. Zwischenzeitlich wurde erzählt, dass es bis zu 1000 sind. Auch das war Teil der Informationskampagne der Ukraine und anderer Kanäle, eben um zu sagen, ja, das ist eine riesige Invasion. Die Russen hatten dementsprechend auch Angst, weil sie auch ihrer Bevölkerung nicht, weil die Bevölkerung dem Staat nicht vertraut und weil sie eben nicht glaubt, was der Staat sagt. Und das hat die Ukraine sehr clever ausgenutzt. Hier sehen wir ein Fahrzeug, was die, ja, möchte mal sagen, pro-ukrainischen Separatisten, wie man früher so sagte, natürlich nicht, sondern diese aus der Ukraine stammenden und bewaffneten russischen Kämpfer, erobert haben. Das ist ein BTR 82A, den sie eben am Grenzübergang Kosinka erobert haben und dann mitgenommen haben in die Ukraine. Da fahren sie also jetzt mit und freuen sich sehr, dass sie den mitgenommen haben. Und hier sehen wir nochmal dieses, ja, doch schon symbolischen Moment, wo das Z auf dem BTR 82A überklebt wird durch eins ihrer Zeichen, um eben zu zeigen, ja, das sind wir. Wir haben hier ein russisches Panzerfahrzeug erobert und von der Grenze dann mitgenommen. Allerdings haben nicht nur die Russenfahrzeuge verloren, die russischen Regimetruppenfahrzeuge verloren, sondern auch die russischen Kämpfer. Wir haben hier zwei Fotos von gestern Abend. Das hier ist einer der Mechs Pro, die wohl verloren gegangen sind in Russland, die also gestern Abend von der russischen Armee hier in Beschlag genommen wurden. Man hat da natürlich auch damit posiert, wie das so typisch ist. Und wir sehen das nochmal vielleicht, um zu zeigen, dass es auch tatsächlich echt ist. Nicht nur, weil es dieser Mechs Pro ist, sondern auch, weil wir hier das ukrainische IFF haben, dieses Kreuz und hier diese Rune vielleicht, dieses nach oben gezeigten Pfeil, der eben zeigen soll, dass es eben diese russischen Freiwilligenkors und die Region Russlands sind, die eben diesen Angriff verübt haben. Das ist also eines der Fahrzeuge, was am Morgen reingefahren ist, was dann aus bisher unbekannten Gründen wahrscheinlich wurde er nicht angegriffen. Der sieht unbeschädigt aus, sondern ist liegen geblieben, möglicherweise vielleicht wegen Benzinmangels, in Russland dort stehen geblieben ist. Also mit anderen Worten Verluste auf beiden Seiten. Russland behauptet auch, sie hätten viele der Kämpfer getötet. Da es, wie gesagt, nur 80 bis 100 waren, ist es nicht ganz klar, ob das überhaupt der Fall ist, da es ja wirklich nur eine kleine Gruppe war. Das ist also die Situation gestern in Belgeroth. Und eines der Schriftzeichen, was dort angebracht wurde am Grenzübergang, war viele Grüße aus Bachmut. Und Bachmut, das wollen wir jetzt nochmal ansehen, ist tatsächlich gefallen am Ende eines 224 Tage langen Kampfes um die Stadt. Die Stadt ist gefallen an russische Söldnertruppen, die dann die Bilder produziert haben, die sie eben unbedingt haben wollten. Und wir sehen, wie zynisch das Ganze ist. Die Stadt ist also völlig zerstört. Da ist nichts von übrig, da lebt kein Zivilist mehr, da ist auch nicht Leben aktuell möglich. Und trotzdem haben die Russen das eben gefeiert, indem sie auf jeden Tag, wenn man so möchte, im Westen der Stadt die schwarze Söldnerflagge und die Flagge Russlands hier gehisst haben und darum getanzt haben und so weiter. Das waren also alles diese Zeichen, die sie einfach haben wollten, um einfach einmal zu zeigen, wir haben das geschafft, hier Bachmut zu erobern. 224 Tage, sagte ich gerade, lief die Schlacht. Das heißt, seit September letzten Jahres bis zum 20. Mai diesen Jahres, wo sich die letzten ukrainischen Truppen dort zurückgezogen haben. Für Evgeny Prigozhin, den Söldnerchef, das ist da sicher ein großer Erfolg. Er kann sagen, wir haben es als Einzige geschafft, im Winter, im Frühjahr, diese ganzen Offensiven, die Russland fahren wollte, wir haben es als Einzige geschafft, hier sehen wir nochmal, wie völlig zerstört die Stadt ist, da ist also Leben, wie gesagt, unmöglich, vorzudringen. Die Ukraine sagt allerdings auch, das wäre ein Erfolg für sie, weil, so die Argumentation, man hat es geschafft, diese russischen Truppen, bis zu 40.000 Mann hat Russland dort eingesetzt, zu binden, also sie eben in dieser Stadt zu binden, die eh völlig zerstört war und in der eh kein ziviles Leben mehr möglich ist. Hier sehen wir auch mal die Siegestenze oder wie auch immer, der russischen Söldner. Und wir haben es geschafft, nach US-Angaben, bis zu 20.000 Söldner und russische Truppen dort zu töten, auch in der Zeit. Und das ist ein relativ großer Brocken, den die Söldner dort verkraften mussten. Bis zu der Hälfte dieser Söldner-Armee wurde dort in der Stadt und rund um die Stadt im Laufe der acht Monate getötet, dieser Kämpfe. Und das ist für die Ukraine, so sagt es Kiew, ein großer Erfolg. Und man hat es eben absichtlich gemacht. Zudem, wir schauen uns das Ganze nochmal auf der Karte an, geht es für die Söldner auch nicht weiter. Denn sie stecken jetzt in dieser Stadt fest. Und westlich davon gibt es eine sehr starke ukrainische Verteidigung, die über Monate aufgebaut werden konnte. Hier also Bachmut jetzt komplett unter russischer Kontrolle. Aber wir haben hier Iwaniske, hier Chomove und weitere starke Stellungen der Ukrainer, die eben dafür sorgen, dass die Stadt jetzt unter russischer Kontrolle steht oder die Ruinen der Stadt unter russischer Kontrolle stehen. Aber ein weiteres Vordringen nach Westen ist kaum möglich. Zumal in diesen Regionen, also an den nördlichen und südlichen Flanken, bereits seit zwei Wochen Geländegewinne für die Ukraine stattfinden. Das heißt, da werden die Russen langsam zurückgetrieben. Und hier ist eben offenes Feld. Das heißt, das sind die sogenannten Killing Fields, wo dieses Verhältnis von russischen Getöteten zu ukrainischen Getöteten extrem ungünstig für den Kreml ist. Man spricht von 7 zu 1 oder 10 zu 1. Das heißt, auf 10 tote Russen muss nur ein Ukrainer sterben, um eben dort Geländegewinne zu erzielen. Insofern das Ganze, ja, ein Pyrussieg, wenn man so möchte, für Russland. Die Stadt gehört jetzt Russland, die Ruinen gehören Russland, aber man kommt von da nicht weiter. Als letztes wollen wir uns ansehen, Material aus der Region Pervomaiske. In Pervomaiske gab es einen weiteren Angriff russischer Truppen, die einfach nach vorne als eine Art Selbstmordkommando geschubst wurden, gepackt wurden, die einfach irgendeine Position einnehmen mussten, und zwar eine Baumgruppe. Und das lief extrem schief. Und was daraus resultiert, sehen wir gleich. Hier also ein Panzer und vier gepanzerte Fahrzeuge der Russen, die eben versuchen vorzudringen. Wir sehen jetzt, wie sie eben, das hier ist die ukrainische Position, das sind die russischen Fahrzeuge, die eben jetzt hier von unten kommen und versuchen, diese Position zu erstürmen. Das Ganze lief ja erst mal ganz gut. Man ist also bis zur Position herangekommen, man ist auch ausgestiegen, aber dann setzte die zweite Reihe der ukrainischen Verteidigung ein und hat mit Panzerabwehrwaffen sämtliche Panzer der Russen zerstört, hat also da ein Massaker angerichtet unter diesen vorstürmenden Russen. Das ist also nochmal der Graben, den wir eben gesehen haben, und das eben die Panzer, die nacheinander explodieren. Das Interessante hier dran ist, dass wie danach herauskam, dass keine regulären russischen Soldaten waren, sondern die sogenannte Sondereinheit Sturm. Und diese Sondereinheit Sturm besteht, ja, dreimal kann man raten, und ebenfalls aus Schwerverbrechern, die extra dafür befreit wurden. Also aus Söldnern, die aber nicht der Söldnerarmee Wagner dienen, sondern dem russischen Verteidigungsministerium dienen. Und wir sehen hier, wie die letzten Überlebenden sich da hin und her bewegen, wie also alles verbrannt ist, wie die meisten Panzerfahrzeuge, die BMP und auch der Hauptkampfpanzer dort, zerstört wurden. Und was dann passiert ist, war sehr interessant, die russischen Söldner oder die Ex-Gefangenen oder die eben als Selbstmordkommando vom Verteidigungsministerium Vorgeschickten wollten nicht mehr weiterkämpfen und die wollten auch nicht zurück und die haben sich alle ergeben. Das heißt, alle Überlebenden haben sich hier nacheinander dann ergeben, aus dieser Position, die sie gerade, wenn man so möchte, eingenommen hatten, diese Position, die sie gerade erstürmen sollten. Und 22 Mann sind dann hier in Kriegsgefangenschaft gegangen, ziehen jetzt hier nacheinander ihre Westen aus, wir sehen das, und ergeben sich. Und dabei wurde eben erst festgestellt, dass es sich überhaupt nicht um reguläre Soldaten handelt, sondern in Pervomaiske, also nahe der Großstadt Donetsk, jetzt mittlerweile auch Söldner eingesetzt werden. Und zwar Söldner eben dieser Sonderkommandos Sturm, wie es heißt, die vom russischen Verteidigungsministerium ganz im Stile der Wagner-Söldner-Armee rekrutiert wurden, in den Gefängnissen rausgeholt wurden, wahrscheinlich mit Geld und mit dem Versprechen auf Freiheit nach einer bestimmten Anzahl von Monaten und dann eben hier als Kanonenfutter nach vorne geschickt wurden, an die vorderste Front. Den Söldnern war das dann doch zu bunt und die haben gesagt, ja, nachdem unsere Kameraden hier tot sind und wir offenbar überhaupt gar keine Chance haben, die ukrainischen Linien zu stürmen, ergeben wir uns dann doch lieber, um einem weiteren Schicksal oder zumindest dem Tod hier zu entgehen. So also die Lage in der Ukraine nach fast 15 Monaten Krieg im Land.